Kannst du auch tanzen? Kann ich nicht, mach ich nicht mit deinem Motorrad. Hab ich Angst, dass ich hier die Kontrolle verliere. Wir tauschen mal an der nächsten Ecke die Motorräder wieder. Ich will die Moves sehen. Okay. Wie würdest du deine Dance-Moves beschreiben? Krankenhaus-Ralf. Brauchst du ein Beat oder machst du es einfach Freestyle? Brauch ein Beat, ja. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl. Shake that ass for me. Yeah, shake that ass for me. Ha ha ha.